Ich sag dir ganz ehrlich, Moritz Blattdorf zum Beispiel, ist eine richtig coole Sau. So ein richtig, keine Ahnung, so richtig coole Sau. Ein Hamburger Jung, wirklich cool. Berti, danke. Wirklich jetzt, ungelogen. Wer? Moritz Blattdorf. Der ist Schauspieler, ne? Ja, Waller, der ist cool. Wirklich, wirklich. Der hat auch dich doch gespielt bei Bushidos Filmen, oder nicht? Ja, ja.